Musik Hoher Sachschaden entstand in der vergangenen Nacht bei einem Brand in einer Metallschleiferei in Menden. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dach der Schleiferei. Feuerwehrmänner berichteten von drei Brandherden an unterschiedlichen Stellen im Gebäude. Auch die Polizei teilte mit, es gebe Hinweise auf einen Einbruch mit nachfolgender Brandstiftung. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Teile der alten Halle sind bereits eingestürzt. Von dem Brand betroffen war auch die nahegelegene Eisenbahnstrecke. Die Züge durften den Brandort nur mit Schrittgeschwindigkeit passieren. Inzwischen läuft der Zugverkehr auf der Strecke von Neuenrade über Menden-Balwe nach Unna, die jeden Morgen von vielen Schulkindern benutzt wird, widerstörungsfrei. An dem Gebäude der alten Schleiferei entstand Totalschaden. Am 4. Schleifers